In diesem kurzen Video stellen wir nun alle Schlauchverbindungen zur Anlage her. Unser Tipp, um die Anlage für zukünftige Filterwechsel aus dem Unterschrank besser hervorziehen zu können, ist es sinnvoll, die Schläuche an dieser Stelle etwas länger zu lassen. Wir lösen zuerst den blauen Clip am untersten Eckstück an der Anlage und schneiden uns den weißen Schlauch vom Kaltwasseranschluss kommend auf die gewünschte Länge zu. Anschließend stecken wir den weißen Schlauch tief in die Öffnung am Eckstück und setzen abschließend den blauen Clip zur Sicherung ein. Wir entfernen den blauen Clip am mittleren Anschluss, schneiden uns auch hier den blauen Schlauch für gefiltertes Wasser auf die gewünschte Länge zu und befestigen den Schlauch vom Wasserhahn kommend am mittleren Anschluss und sichern auch hier die Verbindung mit dem blauen Sicherungsklip. Übrigens, auch zukünftig findet ihr hier auf unserem Kanal alle wichtigen Videos zur Anlage. Filterwechsel, Desinfektion und mehr erwarten euch. Also am besten gleich den Kanal abonnieren und kein Video mehr verpassen. Wir lösen den blauen Clip am oberen Anschluss, schneiden uns den grauen Schlauch von der Abflussstelle kommend auf die gewünschte Länge zu und befestigen ihn am Anschluss für das Abwasser. Abschließend nutzen wir auch hier den blauen Sicherungsklip. Wir haben jetzt alle Schlauchverbindungen hergestellt, die Schläuche dürfen sich nicht mehr herausziehen lassen und können als nächstes die Anlage in Betrieb nehmen.